Hallo und herzlich willkommen meine Freunde zurück zu Green Hell. Heute mit Icarus, der da irgendwo im Busch steht und nicht weiß was er tut. Und da kommt er wieder zurück. Ist übrigens sehr niedlich wie du läufst. Ja, Schattenboxen kann er auch. Aber bevor du jetzt hier die ganzen Schatten tot haust, hier ist so eine Pflanze, die ist sehr wichtig. Damit kann man Verbände herstellen. Allerdings brauchen wir dafür eine Axt. Das heißt Stein und Stock. Stock habe ich schon irgendwann eingesammelt. Aber ein Stein. Jetzt ist er weg. Ne, doch. Hallo. Hast du schon einen Stein gefunden? Also ich mach jetzt nicht diesen riesigen Stein vor. Das sehe ich selber. Wie macht man das Tagebuch auf? Warte mal, ich muss erst mal wieder reinkommen. T? T? Passiert nichts. Ne, das war eine andere Taste. C, da kriegst du so ein Ringmenü. Dann kannst du das Tagebuch... Auf F kannst du auf die Uhr gucken. Die Uhr sagt dir alles. Außer die Uhrzeit. Oder? Warte mal. Doch, die kann sie dir aussagen. Mit dem Mausrad kannst du in der Uhr rumscrollen. Ach, er ist noch im Tagebuch. Was? Auf F kannst du auf die Uhr gucken. Ja, und da? Ja, da siehst du doch vier Balken. Ach so, dann ist sicher auch die Uhrzeit, okay. Ja, und wenn du scrollst, dann siehst du die Uhrzeit und die Richtung, wo man hinläuft und so. Genau. Trotzdem brauchen wir einen Stein. Ich habe eine unbekannte Nuss gefunden. Ich habe eine unbekannte Nuss gefunden. Was ist denn denn eine andere bekannte Nuss? Jetzt ist ja am Anfang erstmal alles unbekannt. Weil wegen Dschungel. Ich habe auch einen unbekannten Pilz gerade entdeckt. Und dich verloren. Nee, da bist du. Er ist hier voll der Abenteurer, weil er geht einfach so mal so in den Busch rein. Weil es gibt ja auch keine gefährlichen Tiere im Busch. Keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht. Umso lustiger. Hier ist eine Tabakpflanze, dann kann man auch was machen. Ich brauche einen Stein, verdammte Scheiße. Was für eine Schlingfalle? Boah, ich habe die entdeckt. Wieso mache ich denn mit dir? Einfach einen blöden Stein an. Am besten sammelst du erstmal alles ein, was nicht nid- und nagelfest ist. Bin dabei. Gut. Ist denn da ein Stein bei gewesen? Na toll. Ich habe Tier-Exkremente gefunden. Ja, war klar. Ich habe einen Stein gefunden. Ich habe einen Stein gefunden. Warte mal. Herstellen. Wo ging das nochmal? Stein und Stock sollte eigentlich eine Axt ergeben. Na verdammt, doch nicht. Oh nein. Doch. Herstellen. Steinachs. Also Stock und Stein. Gibt eine Steinachse. Wo ist denn jetzt diese blöde Pflanze hin? Ich habe eine Riesenkröte gefunden. Was hast du gefunden? Eine Riesenkröte. Die musst du erschlagen. Die kann man beraten. Bekannte Frucht. Unbekannte Frucht. Unbekannte Frucht. Unbekannte Frucht. Unbekannte Frucht. Unbekannte Frucht. Einmal... Ich habe noch keinen Stein. Ich habe doch schon einen Stein. Ich bin doch einen Stein. Ein bisschen... Jetzt hast du doch einen Stein? Wo ist denn diese blöde Pflanze hier jetzt? Mensch, wir müssen die haben. Da kann man Verband draus machen. Ah, das geht nicht so. Nein, nein, scheiße, ich bin schon in den Ameisenhaufen gelaufen. Und dann? Ja, ist nicht gut. Du kannst ja hier auch Krankheiten kriegen. Ich bin schon hier auf dem Tier rum. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Kann man ja auch rennen. Bestimmt. Jetzt will ich schon wieder den Ameisenhaufen gelaufen. Ich finde die Pflanze nicht wieder und dich auch nicht. Hier wird irgendein Stimme gehört. Oh, das sind die Ureinwohner. Nicht zu nah dran. Kann nicht rennen. Doch. Wie bei jedem Shooter. Ja. Aber ich sehe den nicht mehr. Rennen doch einfach nicht weg. Wir müssen zusammenbleiben. Bist du denn? Ich muss ja irgendwie so stecken ducken oder so. Äh, geht vielleicht. Mit Steuerung. Ja, Steuerung, ja. Hab ich auch nicht gemerkt. Ja, immerhin. Ich hab Puzzle am Arm. Ich hab Banaten gefunden. Ja, toll. Endlich auch was so nüpfiges hier. Ja, toll. Ist ja schön, wenn ich dich erstmal wiederfinden würde. Bist du? Ein bekannter Pils. Nee. Ich bin verloren im Summe. Du bist ein Stein. Ja, toll. Also ich sehe auch Tiere. Aber... Aber... Wo bist du? Ich hör da wahrscheinlich wieder irgendwer hinten singen. Ich hier. Bist du denn? Ich hab keine Ahnung. Es regnet. Ich bin... Ja, toll. Ich bin... Ja, toll. 38 Grad West, 15 Grad Süd. Warte, 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 warte. 38 Grad was? West? Ich bin 38, 18. West? Ich bin... Ich bin 40 West, 21,5. Also du musst jetzt in Richtung Südwesten laufen. Und ich in Richtung Westen? Ich kenn mich da nicht so gut mit aus. Ich bin ja der Meinung, du wirst ja ein Navigator. Und ich bin... Total verloren. Was war das jetzt? Für wer hat sie? Äh, jetzt bin ich 41 West. Oh Gott. Ich bleib am verstehen. Ich bin 41 West, 21,5. Ich bleib hier erstmal... Stehen. Wie viel Süd? 21? Süd? Ich bin ja im Süden. Im Westen. Nein. 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 Was sagten die Werte? 41 West und 21,5. Nein. Das ist keine 5. Das ist ein S. Achso. Dann 21 West. Ich hab' den großen Stein weggeschmissen. Ach. Da. 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 du hast die uhr am arm du bist an einem stoff vorbei ja wir können in jede richtung gehen jetzt sind wir ja wieder zusammen hast du einen stein wie kann ich denn jetzt was herstellen frag dich ja ob du einen stein hast ich habe einen frosch ich habe bananen ich habe jede menge Äste warum wollte ich gerade so ich sehe sie nicht du kannst ja den frosch an eine banane klatschen du brauchst einen stein dann kannst du eine achse herstellen warte mal ich hab einen stein ich dropp dir den mal warte da in verwendung ja weil ich drauf geguckt schon also wenn du jetzt auf herstellen gehst ich bin ja gar nicht so gemein weil ich erkläre und dinge dann ziehst du den stein da rein und einen der größeren stöcke also stock nicht klein stock sondern stock und dann kannst du eine achse machen sehr schön ja jetzt muss ich das irgendwie ausrüsten das hast du doch gerade hast du doch gerade eine hand hast du eine hand siehst du ja so wir sollten uns als erstes mal so ein plätzchen suchen wo man gut leben kann das ist so 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 wir brauchen auf jeden fall so 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 Ich sammle die Steine. Ich sehe schon kommen gleich, wer von so einem Skorpion gestochen und sterbt. Wir brauchen einen Wurrfagen, sonst kommen wir hier nicht runter. Was brauchen wir, einen Wurrfagen? Das haben wir noch nicht. Ich bin einfach runter. Was für einen Wurrfagen? Ist doch gar nicht so hoch. Ich probiere das aus, weil ich sterb sterbig. Autsch. Kratzerabschürfung, ja super. Ich bin auf jeden Fall unten. Auch du auch. Das Wichtige ist, dass wir jetzt mal einen Platz finden, wo Wasser ist. Ja, genau. Ja. Guck mal, da ist Wasser, oder? Ja, da ist Wasser. Ist da Wasser? Vielleicht liegt der sauberste? Weiß ich nicht, da bist du. Ich muss erst mal gucken, wo du bist. Der sieht jetzt nicht so sauber aus. Der sieht jetzt nicht so sauber aus. Aber kann man das nicht gut sagen. Der sieht jetzt ganz schön dreckig aus. Aber, das kann man ja abkochen. Genau. Dafür brauchen wir eine Kokosnüsse. Dafür brauchen wir eine Kokosnüsse. Dann bleib einfach hier. Ja. Auf anderen Seite. Hier. Weil das ist so eine feine Insel. Keine Insel? Gibt es da Kokosnüssen? Weil aus den Kokosnüssen kannst du so Schalen bauen. Ähm. Die du dann auf dem, quasi auf dem Lagerfeuer packst. Und das Wasser abkochst. Aber ich sehe hier keine Kokosnüsse. Ich sehe nur Bananen. Ich habe Bananen gefunden. Die geilen kleinen gelben Dinger. Keine Kokosnüsse sehe ich. Hm. Schmetterlinge sehe ich. Also das wäre schon wichtig. So eine kleine niedliche Kokosnüsse. Das wäre schon ganz cool. Hm. Oh. Ich habe einen toten Vogel gefunden. Ich hätte auch keine Kokosnüsse. Aber... Aber hier ist auch irgendwo ein Lager. Ich glaube die Ecke kenne ich hier. Ich erzähle gerade noch die ganze Zeit, wir sollen uns nicht trennen und ich renne die ganze Zeit weiter. Siehst du mich noch? Ich weiß. Ich habe gerade nicht verstanden. Also ich sehe dich nicht mehr. Dann siehst du mich wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich bin diesen Baumstamm hochgelaufen. Äh. Also wenn du wieder zurück willst. Ne, ich bin nicht zurück. Ich bin bei 4425. Ich denke ich weiß wo du bist. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Nicht da wo du bist. Wo bist du denn? Wo bist du denn im Fluss? Nicht da wo du bist. Ja, ich bin dem Fluss gefolgt. Haust du, dass er irgendwann irgendwo sauberer wird? Nein, 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 nein. Hier ist irgendwo... Die Stelle kenne ich vom Einzelspielermodus. Hier ist irgendwo ein Lager. Ach, da bist du. Ich sehe dich. Puh. Und falls du einen Pfeilgiftfrosch siehst, nicht anfassen. Okay. Dann bist du direkt vergiftet. Ja, da machst du jetzt, warte, da machst du jetzt rechtsklick mit der Maus drauf. Ist unten. Warte, bleib mal stehen, du hast einen Ekel. Egel. Egel. Zuck dir den mal raus. Du sollst stehen. Nicht drehen. So, guck. Dankeschön. Ich habe eine Maus gefunden. Auch unten eine Pflanze hier. Du hast halt immer was am Bein. Ja, ich habe so einiges wahrscheinlich schon. Ich versuch grad hier die Pflanze. Ja. Ach ja, untersuchen tust du dich mit... mit C und Lupe. Und dann kannst du dich untersuchen. Ich habe Pfeilgiftfrosch gefunden. Nein, nicht anfassen. Habe ich schon. Aha. Ich habe so was richtiges, ekliges, schmodderiges am Bein. So richtig. Ja, das kannst du dich selber betrachten. C. Also Tastatur C. Und dann auf die Lupe. Und dann hast du ja quasi hier diese vier Felder da. Arm, Arm, Bein, Bein. Und wenn du da drauf klickst und mit der rechten Maustaste gedrückt bewegst, dann drehst du deinen Arm oder dein Bein halt auf welchem Feld du bist. Ich habe auch schon einiges. Ich habe so richtig Schmodder am Bein. Warte mal, vielleicht kann man da ein Verband drauf packen. Brauchst du auch ein Verband? Wie könnte man auch dieses Inventar sortieren? Ah, Y gedrückt halt. Warte mal, ich muss mal kurz untersuchen, ob ich auf den Schmodder einfach ein Verband drauf klatschen kann. Warte mal, Rucksack. Verband. Ja, da kann man einfach ein Verband drauf klatschen. Sehr schön. Kann ich nicht sagen, das ist schon ziemlich dunkel. Ja. Du willst nichts sagen, du hast es doch getan. Komm mit. Ich kenne den Weg. Also eigentlich nicht, aber... Da, guck da, das meinte ich, da ist ein Lager. Das meinte ich. Genau die Stelle meinte ich. Hier haben wir nämlich ein Bett. Und hier kann man... Ah, ich bin echt tot. Ja, das ist ähm... Ist hier die Regel. Erstmal. Wir sollten mal... Wir sollten mal... Erstmal irgendwie... So ein... Was denn? Ups. Ups, wie... Oh. Ups. Du liegst da. Ich glaub, du bist... tot. Deine Sachen liegen hier übrigens. Äh, warte mal. Da... Wie ging der nochmal ein Feuer? Äh... Kleines Feuer. Bist du denn? Bist du geil bei mir gespawnt? Bei welchen Koordinaten bist du? Da hat er... Ähm... Am F... 46 W... Äh... 26 S. Wow. Sieht trotzdem aus wie... Komma 5. Ja... Ich... Äh... Bin in einer Stunde bei dir. Yeah, geil. Besser in einer Stunde als in zwei. Jetzt ist meine Axt auch noch kaputt gegangen. Was für ein Holz? Ähm... Hersteller... Stein? Mein Gott, wie viel Steine hab ich denn gesammelt? Alter Verwalter. Wo sind die Stöcker? Ich hab keine Stöcker, mein Wieso hab ich keine Stöcker mehr? Ich hab da so viele gesammelt. Was ist denn da los? Hm... Hä? Ich hätte grad noch so viele Stöcker. Wo sind die hin? Stein... und Stock... So... Abs... Also falls du mal irgendwann wieder hier ankommst, deine Sachen liegen ja noch. ... Ich hab da ganz schön in die Höhle laufen. Hast du auch sie denn in die Höhle? Ähm... Ich weiß nicht ob das so richtig ist. Nein! Das muss der einfach scheiße. Ja, bitte... ich bin hier wo ich gerade auch noch war ich habe ein feuer gebaut so aber ich kann es wieder sehen immerhin da sieht ich er sieht mich hier liegen da doch das hat meine sachen verloren da bist du ja gestorben der bist du abgekackt voller würde du bist zu müde um ein feuer zu entfachen ja geile scheiße ich habe auch schon wieder irgendwas an mir ich habe schon wieder eine lupe die lupe sagt dir übrigens dass du irgendwas an dir hast ich bin aber zu müde um ein feuer zu entfachen man könnte es auch sagen ich bin zu dämlich was machst du da du hast nichts wahrscheinlich um blut zu machen ich habe hier was drin dingens dingens ja aber du brauchst was was du jetzt quasi da reinlegst so also ich habe ein vogelnetz ich kann dir das droppen und damit kannst du blut erzeugen mit diesem werkzeug was du gerade in der hand hattest ich bin halt zu müde dafür oder zu dumm bevor ich gleich sterbe gehe ich einfach mal gucken ob ich eine kokosnuss finde ja da ist eine kokosnuss ich habe eine kokosnuss eine kokosnuss ich habe auf jeden fall ich bin jetzt so langsam ich bin überladen oder so auf jeden fall habe ich zwei so kokosnuss schalen damit könnten wir wenn du blut hättest sauberes wasser erzeugen wir hätten das feuer vielleicht einfach irgendwo anders bauen sollen aber kann man das in so eine hütte bauen aber kann man das in so eine hütte bauen warte mal tagebuch feuer ich guck mal kann man das in so eine hütte bauen du hast auch eine kokosnuss du musst da draufhauen auf die kokosnuss auf die kokosnuss ja man kann das hier sogar in so eine hütte bauen also du musst auf die kokosnuss hauen hat er denn jetzt angeschleppt wasser sauber ok und jetzt ich würde dir ja gerne helfen aber ich weiß nicht was du würdest ich habe das feuer jetzt unterm dach gebaut so ein großes stock kannst du so nicht kaputt haben dann musst du auch echt klick drauf machen dann kannst du den sammeln dann wären da zwei oder drei kleinere stöcke drauf ich habe blätter gesammelt aber die müssen jetzt trocken werden ich glaube ich bin noch nicht trocken ne sind noch nicht trocken schlägt mich mal kurz schlafen ich habe nämlich null energie stirb jetzt nicht schlafen wer wäre da ja ich geh mal hier früher ja geh mal gucken ging mal gucken ich geh aufs Sind die jetzt trocken? Ich habe ja lange geschlafen. Immer noch nicht. Verdammter. Ich brauche aber noch eine Komposnuss. Was macht das? Ich brauche Fett. Du brauchst Fett? Ja, dafür... Ja, isst die Nüsse doch mal. Also die Nüsse kannst du wirklich essen, die du da gesammelt hast. Das ist ein Wunder. Eigentlich sterbe ich immer sehr schnell. Hallo, ich will jetzt einsammeln. Du kannst den Regen trinken. Nee, man kann den Regen nicht trinken. Aber ich kann die Schüsseln hier hinschmeißen. Der sammelt den Regen auf. Nein, nicht übereinander. Ja, genau. Die Füllsicht mit Wasser. Also wenn's regnet. Jetzt hast du ja auch gehört. Du hast gelernt. Käfigfalle. Die Käfigfalle. Ich hab' gehofft, hier liegt noch ein Kokosnuss. Ich hab' jetzt schon komplett für den hier. Äh! Warte, warte. Ich hab' das vorher gemacht. Du hast vorher gemacht? Warte, ich hab' Essen. Was man da reinschmeißen kann. jetzt hast du die ganze schale mit ja das ist ja gar keine so schlechte idee aber wenn du die die kokosnuss wieder auf nimmst dann verschüttelst du das wasser wieder weil du das ja quasi in den rucksack steckt ja es muss regnen oder ich sag ja ich brauche eine zweite kokosnuss weil daraus kann man sich einen behälter bauen mit dem man wasser aufsammeln kann ich habe übrigens fleisch mal ins feuer gebackt das eine ist eine tote maus und das andere ein toter die ich da hingestellt habe damit wir da zwei stehen haben falls es regnet hörst mir auch wieder nicht zu stell sie einfach hier neben wieder ich hab dir meinen ekel entfernt noch ein und noch ein so nett bin ich wenn du was hinstellen willst musst du es einfach aus dem im tag ich hab auch langsam wirklich was zu trinken jetzt vielleicht sterbe ich ja ach nee ich such doch eine kokosnuss ich hab ich hab eine ganze ja doch die mal bitte eine leere so lange wie eine leere aber die ist ganz daraus kann man so noch ich spreche das schon wieder falsch aus ist egal los bei dich bei dich bin ich tot ich bin auch gut sich so die ist jetzt voll jetzt müssen wir hier die warte 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 muss die große schade mit dem ans feuer stellen hier ist was zu essen übrigens ich kann der texten ich hole direkt das nächste wasser hier ist meine auch gerade der hw ja du kannst das wasser doch schon trinken hallo du kannst das wasser doch trinken trinkes doch so gott warte ich fühl wieder auf ja warte warte ich fühl wieder auf ja aber die gewusst schon alle Nicht, nimm die doch nicht auf, dann kann ich dir kein Wasser abkochen, Mensch. Doch, warte, ich hole neues Wasser. Ich bin tot, ich bin tot. Nein, du hast doch gerade getrunken. Zack. Du hast doch gerade getrunken, du hast gesagt, du hast Durst. Ja, habe ich auch, ich habe gerade auch getrunken, glaube ich bin heute weiter gestorben. Warum denn, warum denn? Ah, Mensch. Warum tust du denn sowas? Ich bin jetzt mal eine Weile beschäftigt mit der Aufsache. Ja, Gott sei Dank. Ich koche dir gleich eine Knochensuppe, dann geht sie wieder richtig fit. Obwohl du bist gerade, es wäre neu da. Wieso kann ich das Ding da mal weg? Wieso kann ich das nicht aufheben? Geh doch mal weg, Alter. Das Werkzeug. Ich kann das auch nicht aufnehmen. Ich sehe es auch. Das wäre schon mir durstig. Wir brauchen mehr Fokusnüsse. Weil dann können wir nämlich welche in Regen stellen. Die bringen Wasser. Ich kann ja jetzt hier nicht alle fünf Minuten zum Wasser rennen. Also, Aufgabe, Kokosnüsse finden. Ich habe mich auch mal gleich gefunden. Eigentlich respawn die. Wo hast du denn deine gefunden? Ich bin jetzt hier vorne. Oh, guck mal, hier ist eine Bananenplantage. Das ist natürlich cool. Ja, dann geh doch mal gucken, ob die wieder da ist. Ja, eigentlich respawn die nach einer Zeit. Ich habe meine hier hinten gefunden. Aber hier liegt keine Stocklicht hier. Und schon wieder ein toter Vogel. Und ich bin schon wieder überladen. Hi. Kann das Feuer eigentlich ausgehen? Ja. Ich sehe es gerade. Wie, ist schon aus? Nee, aber ich lebe hier die nebsten Zeit. Warte, ich habe immer noch keine trockenen Blätter. Toll. Das sind gute Voraussetzungen. Wir werden sterben. Nein, du kannst da Stöcke reinlegen. Stopps. Meiner schreit auch schon rum. Ich brauche was zu trinken. Warte mal, vielleicht habe ich ja noch was da drin. Wollt erst mal neue Stöcke reinlegen. So. Jetzt gucken wir mal jetzt, ist das voll? Ja. Da hast du ja was zu trinken. Siehst, und deswegen brauchen wir mehr Kokossoße. Geht immer um die Nüsse. Aber die respawnt ja hier nicht. Man kann die, glaube ich, auch, weil die, wenn man ein Speer hat, die kann man werfen. Wie braucht man denn nochmal ein Speer? Das ist jetzt eine gute Frage. So definitiv. Äh, nicht. Ich habe ein Pfeil hergestellt. Wow. Du hast aber noch gar keinen Boden. Ich glaube, mit so einem langen Stock. Ich bin ja hier. Ich kann es ja nicht mehr herstellen. Du kannst nicht mehr stellen. Ja, das ist auch nur so was. Aber warte mal. Warte mal. Doch. Mit einem ganz einfach langen Stock kann man einen Speer bauen. Ich brauche nur einen Stock. So. Und jetzt kann ich doch... Ich muss gehalten werden. Die haben das Spiel irgendwie geupdatet. Weil, äh, das Überladen hatte ich noch nie. Dass ich mich irgendwann so langsam bewegt habe. Oh Gott, ich habe Halluzinationen. Schieb. Äh, weil irgendwas nicht stimmt. Hä? Halten zum Zielen. Zielen. Ich werde doch die Kokosnuss da oben abschmeißen. Yay, ich habe die Kokosnuss. Jetzt könnte es auch mal irgendwann wieder anfangen zu regnen. Weil sonst ist uns die Kokosnuss auch nichts. Nein, wenn dein geistiger Zustand winkt, dann kriegst du irgendwann Halluzinationen und siehst Dinge, die gar nicht da sind. Und hörst du Stimmen. Das ist ja nicht gut. Nee, nee, weil ich höre auch schon Stimmen und, äh, aber ich habe eine Kokosnuss. Du kannst sie mit einem Speer von der Palme runterschießen. So viel habe ich schon mal rausgefunden. Guck mal, es regnet auch gerade. Aber ich bin überladen. Ich, ähm, brauch noch einen Moment. Ja, go away. Halt die Klappe. Ich muss jetzt erstmal hier die Kokosnussschalen hinstellen. Bevor der andere da wieder verdostet. Ich sehe ja noch keine Mannequin. Ist noch alles gut. Mein Inventar ist mega überladen, aber okay. Ich habe ganz viele Steine. Bevor ich sterbe, ich kann dir ein paar droppen. Wie viel brauchst du? Warte. Ich habe sie gewinnt. Ich stapel die. Guck mal. Ich kann ein Tübchen bauen. Hast du gesehen? Ich habe ein Tübchen gebaut. Ich habe trockene Blätter. Nimm sie, bevor ich sterbe. Damit kann man Feuer machen. Was ist das? Am Frosch. Ich krieg schon voll die Kahn. Ich habe schon wieder so ein Symbol. Ich habe schon wieder irgendwas an mir kleben. Wo war ich denn schon wieder? Hm. Ich habe Geiz an mir. Ich sehe nichts. Da, da. Einer. Ich habe einen Wurm. Er schläft. Und ich mache jetzt kurz eine Püppi-Pause. Wahrscheinlich, wenn ich wiederkomme, bin ich tot. So ist das Leben. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. So ist das, was ich noch nicht? Jetzt nivel two. Wir haben jetzt ein Wurm. Ich sehe dich. Oh. Ich sehe dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich brauche nur einen Lagenstock. Was möchtest du haben? Einen Lagenstock. Da musst du einen dünnen Baum fällen. Ich fälle keinen dünnen Baum. Ich habe einen Arzt. Und das jetzt findet der ein bisschen die Frage. Wie fährt man denn einen Baum? Am besten einen Arzt. Komm mal gucken, ob du den richtigen Baum fällst. Ja. Und daraus kommt definitiv ein, wenn nicht sogar zwei lange Stücke. Das ist kein langer Stock. Das ist ein Holzschleid. Das ist ein langer. Da ist ein langer. Hier. Das ist ein langer. Der eine backt hier rum. Der macht, was er will. Aber es ist eigentlich keine schlechte Idee, wenn wir uns mal so ein Hütchen bauen. Ja, aber ich finde, dass wir da nicht so ein Sperr machen. Wie kann ich das machen? Lagenstock. Wenn du den auf Herstellen, auf dieses Steinbrett da ziehst, dann hast du schon ein Sperr. Ich gucke jetzt erst mal an eine Hülle. Hey, ich kann ja keine Hülle bauen. Was ist denn? Was ist denn los? Ach ja. Ach, da ist er unten. Haus. Erlaubt es dir zu speichern? Das ist schon mal super. Aber erlaubt mir das Bett auch zu speichern? Erlaubt es dir zu speichern? Oh, ich habe wieder keine Ausdauer. Alter Schreder. Ein Lackenstock habe ich hier. Ist ja noch ein langer Stock. Der muss zur Hüte. Also, schon. Ja. Ja, Hüte ist gut. Entschuldigung. Sorry. Ich brauche noch zwei. Ich brauche doch gerade nur einen. Ja, ich habe keine Ausdauer. Ich kann nichts fällen. Kurz vor dem Krippieren. Kleine Stock haben wir hier. Ach, hier. Wo war doch hier noch? Ja. Stock. Ich habe doch hier vor allem was gefällt. Wo ist hier denn hin? Mensch. Oh, es regnet. Es gibt gleich was zu trinken. Na, langer Stock. Sehr gut. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich bin schräg. Ich bringe mir jetzt trotzdem mit. Aber Palmblätter brauchen wir doch. Äh, Palmblätter kriegst du indem du Palmblätter bekommst. Äh, Palmblätter kriegst du indem du Palmblätter bekommst. Nein, ich habe hier. Da gehen die auch. Nein, ich glaube nicht. Palmblätter, warte mal. Da sind noch Palmblätter. Ah, nein. Glaub hier die hier. Ich glaube das sind Palmblätter. P-Upp. Der amene kleine Busch. auch Bananenblätter. Was sind denn nochmal Palmblätter? Oh, jetzt bin ich auch vorne. Die kann man gar nicht aufheben. Ähm. Ähm. Du kannst jetzt nicht einfach jeden Busch kaputt... Das ist schon... Das, ich glaub, das sind Palmblätter. Ich glaub, ja. Ich glaub, das ist ganz richtig. Ja, Palmblatt. Ist skumm. Ja, immerhin wissen wir jetzt, was eine Palme ist. Ähm. Wir brauchen noch eins. Ich hab eins. Yay. Gleich habe ich noch eins schlafen. Du schläfst, ich speichere. Ich hab direkt eine Errungenschaft. I'm saved. Bin mir da nicht so sicher aus. Wir sicher sind. Aber das Feuer geht gleich aus. Keiner passt auf dieses blöde Feuer auf. Wenn das ausgeht, dann müssen wir das komplett neu bauen. Hauptsache, was zu essen, was ich da reinschmeißen, was ich da reinschmeißen kann. Ja, hab ich noch. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, Wasser kann ich auch noch mal nachführen. Aber es hat doch gerade geregnet, da müsste was drin sein. Ja, ich hab's auch gerade getrunken. Ja, war klar. Ich bin... Oh. Ich bin wieder wach. Ja, ich war mal kurz eingeschlafen. War schon spät. Ja. Aber hier schwimmen gar keine Fische drin rum. Ich kann dir auf jeden Fall von hier aus einen coolen Lagerplatz zeigen. Da hier... Wir sollten vielleicht den coolen Lagerplatz in Angriff nehmen, bevor wir dann eine ganze Hütte hinbauen. Das ist ein See mit Wasserfall und Fische. Hörst du mir auch zu? Ja. See, Wasserfall, Fische. Ja, da müssen wir zum SMG bauen. Nein, See, Wasserfall, Fische. Komm mit. Es könnte passieren, dass ich zwischendurch mal wieder einschlafe. Du solltest die Sprint-Taste im Moment noch nicht benutzen. Stimmt. Weil wegen... Wir sind noch nicht so gut. Ist auch nicht weit. Ach, Kokosnuss. Ich nehme die erst mal mit. Meintest du die Tiere hier? Die Schweinchen? Bist du noch da? Immer mehr nach. Ja. 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 Dann gehe ich halt außen rum. Hier ist das Vogelnest. Boah, ich mach dich. Jetzt geht es. Ja, mitnehmen. Also erst kaputt, hau und dann mitnehmen. Weil sonst schlörst du die ganze Zeit den Kokosnuss mit dir rum. Und hier sind doch eigentlich Krabben in dem Fluss. Ist keine da. Bist du denn? Da. Nee, falsche Richter, komm zurück. Come back to me! Das ist der falsche Weg. Wrong way. Er geht trotzdem einfach weiter. Das ist der falsche Weg. Komm zurück. Schneckilein. Nee. Das ist der falsche Weg. Ich muss mich ausruhen, also werde ich gleich wieder an. Vor der Klapperschlange. Da kannst du den Speer... Kann ich auch. Vielleicht. Eventuell. Okay. 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 Ich muss dich auch immer von den Ekeln befreien müssen. So, warte mal. Nee, war noch ein Stück. Nee, wieder zurück. Ich bin zu leid. Nein, nicht zurück. Ah, da ist schon eine Klapperschlange. Wie würde ich geworfen? Ähm, mittlere Maus sitzen. Aber ich habe keine Klinge. Diese konntest du ja gerade die Klapperschlange einsammeln. Wo hast du denn schon eine Klinge her? Ja, aber auf zwei Steine kombiniert. Wow. Du könntest auch im Jogel überlegen. Mit dem. Warte, warte. Jetzt verlaufen wir uns gleich. Wir müssen hier hoch. Come to me. Glaube ich. Ja. Ja. Ich habe ja auch so eine Orientierung drin. Wie so ein... Ja. Bitte? Ja, nimm mit. Ich guck, ob wir hier richtig sind. Ja, wir sind hier richtig. Ich hab mal irgendwas gebraucht. Also ich fische. Entschuldigung. Fische? Achso, du bist hinter mir. Fische gibt es hier. Ganz viele. Das war mein erster Lagerplatz. Gut, das Licht ist jetzt nicht so prickelnd gerade. Aber hier sind auf jeden Fall Fische in dem Wasser. Und das ist unsicher. Sollte man auch so nicht trinken. Beziehungsweise schlafe ich da wieder ein. Und ich bin durstig. Hallo? Kann ich mal wieder jemanden aufwecken? Pieck mich mal an. Ich schlafe. Schläfst du auch? Du bist immer noch 23 Meter von mir entfernt. Oh, jetzt ist es weniger. Nö, er war mit den nicht vorhandenen Fischen beschäftigt. Ich lebe mich genau neben dich. Ja, ganz toll. Mit nem Matsch. Eine gute Idee. Anstatt er mich erst mal aufweckt. Nein, er legt sich auch erst mal schlafen. Ja, ganz toll. Man hört ja auch nicht auf den Survival-Experten. Was passiert ist mit den Parasiten? Wie werde ich die wählen? Ähm, du hast vor allen Dingen Fisch gehabt gerade. Ich weiß. Ich höre schon, wer stimmt. Ähm, die Parasiten wirst du los mit bestimmten Pilzen. Frag mich jetzt gerade nicht, welche. Oh Gott. Das stimmt. Ich habe auch einen Fischen. Ich habe einen Fischen weniger. Ja, und dann musst du genau den gleichen Pilz nochmal essen, dann hast du keine mehr. Dann gehe ich mal einen Fischen. Ja, ich habe welche. Ich weiß noch nicht, welche. Wie sah der denn aus? Und ja, eine kleine. Weil ich ja auch rot sehe. Den kann ich noch nicht machen. Der? Ich droppe einfach die Pilze, die ich habe. Ich will schon der richtige Beißen. Ich muss hier erstmal die verdorbenen Pilze gerade loswerden. Ich werde dich nur essen. Ich höre Stimmen. Und ich habe schon wieder irgendwas an mir. Ich habe vor allen Dingen auch so einen Pickel, der sich bewegt. Kann ich allerdings so nicht behandeln, weil da brauche ich eine Knochen-Nadel für, um ihn aufzubieten. Ich habe auch Parasiten. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtigen Pilze. Oh, verdammt. Ich glaube, die waren nicht richtig. Nein. This is not the right Pilz. Das vielleicht? Auch nicht. Also, ich habe nicht die richtigen Pilze bei mir. Vor allen Dingen höre ich, stimmt die ganze Zeit. Ja, toll. Jetzt habe ich auch noch einen Boom. Noch einen? Ich habe da schon einen. Weiß der nicht. Das ist jetzt der richtige Pilz. Auch nicht. Oh, Mensch. Da hast du eine Lebensmittelvergiftung. Zwei Schwachmaten im Dschungel. Irgendwas passiert jetzt. Wenn du stirbst, stirbst du. Bist du mir wieder gelebt? Ich bin ja dafür, dass wir vielleicht jetzt eine gute, ganz schnell hinzimmern, dass wir speichern können. Ja, das ist okay für dich. Ja, aber wir müssen erst die Hüte eben schnell zu Ende bauen. Sammel du Palmblätter. Ich sammle die langen Stöcke und die kurzen Stöcke und da halt irgendwie den Rest halt. Ein langer Stock habe ich schon. Ich bin ja auch nicht mehr ganz so fit. Alter. Ich war doch gerade noch ein langer Stock. Wo ist der denn hin? Mensch, alles verschwindet immer, wenn ich kaputt habe. Ich lebe wieder. Wer lebt? Warst du tot? Ich brauche noch einen normalen Stock. Ich glaube, der wird keiner. Keiner. Bist du kaum noch in der Linie. Ich auch. Ich kann keinen. Ich auch nicht. Ah, nein, du kannst nichts mehr fällen. Ah, scheiße, wir brauchen Palmblätter. Oh, nein, du kannst nur kurz vorm Ziel. Oh, nein, du kannst nur kurz vorm Ziel. Ja. Ja, hier liegen auch irgendwo welche rum. Ich kenne die nicht vielleicht. Ja, ich bin einfach. Ah, nein, du sollst die Palmblätter versuchen zu kriegen. Den blühen Stock bin ich schon. Ah, wir müssen die Fackhütte fertig kriegen, dass wir safe machen können. Wir lernen sonst immer lange Stöcke rum. Jetzt, wo man einen braucht, ne? Ich bin der Meistenzüge. Warte, warte, warte. Ne, war ein kleiner Stopp. Warte, warte. herrst du palmenblätter ich hab noch nie mal meine aktie kann dann immer irgendwas fällen ich kann so nix wenn man die pilze ist kommt ein bisschen energie zurück okay dann könnte ich vielleicht jetzt ich hab ja kein herstellen schnell braune axt äh 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 so hm 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 so so ich brauch hier so n ich klapp gleich zusammen komm schon fall du blöder baum so langer schock da ich hab einen schnell zurück nein weck mich auf schnell weck mich auf ja ja wo ist der lange stock hin hast du einen ausgemacht ich glaub das sind palmenblätter hier das ist doch palmenblätter ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab ja 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 da ja 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 das ja 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 auch noch erst gestorben und der ist doch super das ist das ist jetzt die passende folge ich wünsche euch allen eine gute nacht nacht wir sehen uns wieder bis dahin ciao ciao ja 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 ja